Ach, warum auch? Genau, warum auch? Wäre ja nur ein kleiner Wunsch meinerseits, was ich meine. Ja, ja. Ja, 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 ja. Aber eigentlich... Ach, das ist zu schaffen. Von der Zeit her, ja, ja. Ich weiß halt nicht, den Metrui, den Metrui-Teil hier kenne ich halt noch nicht, ob es hier irgendwelche optionalen Sachen gibt, die ich jetzt, äh, wie bei Supermetrui, die Shosus nochmal befreit. Was ist denn hier passiert? Haben die SA-X einfach mein kleines Schiff zerstört? Na, das wär's jetzt ja. Was ist denn nun los? Oh mein, oh mein, oh mein. Was ist... Wo ist mein Schiff? Was ist... Ich wusste es! Ein Omega. Hä? Was? Ein Leben? Hör auf zu schreien, du Penner. Okay, eigentlich bist du wieder so eine Art... Was ist los? Hä? Wieso? Was ist denn jetzt? Warum... 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 Nein, nein, nein. Ich bin wieder... Ich bin wieder ich! Ja, ich bin wieder ich, aber... Äh... Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, shit! Ich hab halt keine Ahnung. Kacke! Hä? Ach so, ganz bestimmt, wenn du... Kurz bevor du schlägst. Hab ich recht? Warum... Zum Geier? Hä? Ah doch! Ah, normale Schüsse! Scheißendreck! Hätte ich das mal früher geahnt. Ah, Dreck, Dreck, Dreck. Wenn ich jetzt deswegen verliere, wäre es voll peinlich. Bitte noch nicht verlieren, bitte noch nicht verlieren, bitte noch nicht verlieren, bitte noch nicht verlieren, bitte noch nicht verlieren. Bitte noch nicht verlieren. Ich sage bitte noch nicht... Nein! Okay, nochmal, nochmal, nochmal. Das ist jetzt so ärgerlich, weil ich so dämlich bin. Oh mein Gott, dieses schöne Spiel. Dieses wunderschöne Spiel. Und ich hab nochmal verloren. Spiel, es tut mir leid. Das war alles meine Schuld. Ach so, ich muss jetzt nochmal nach... Oh, das ist ja ärgerlich. Na gut. Machen wir es halt nochmal. Naja. War nichts zu ändern. Ja. Tut mir leid, Leute. Der Funkroyal hat gedacht, Raketen wären das Beste. Aber mal wieder ist die eine Waffe, welche man immer denkt, es wäre die schwächteste. Die ein, die schwächeste, die schwächste. Mein Gott. Also nochmal. Wie immer ist die Waffe, wo man denkt, es wäre die schwächste, die Waffe, mit der man am Ende eventuell in einigen Spielen das Spiel schafft. So, genau wie auch hier. So, ich freue mich jetzt auf meinen Doppelgänger. Aber warum war er gerade lieb? Ist es so wie Knupsi? Oh, da kommst du also rum. Okay. Kommst du, oder? Ach so. Ja, gut. Ja, 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 jetzt habe ich ein bisschen zu viel Schaden schon genommen. Ja, ja. Äh, aua. Ja, ja. Verdammt. Es läuft nicht so gut wie vorhin. Ich weiß. Warum stockt jetzt alles? Ach, Dreck, Dreck, Dreck. Gut. Jetzt sollten wir mal ein bisschen mit Taktik spielen. Wie wäre das denn? So rum nehme ich. Oh. Dreck. Ähm. Warum schaffe ich das denn jetzt nicht mehr? Okay. Ich dachte, er wäre jetzt da unten fest. Schade. So. Ne. Er springt aber schneller als ich. Oder es. Sie. Du da. Äh, ich schaffe den Kampf nicht. Och, ne. Warum habe ich ihn davor geschafft? Und wie habe ich ihn davor geschafft? Scheiße. Dreck, Dreck, Dreck. Ach, scheiße. Ach, das ist peinlich. Das ist echt mehr als peinlich. Okay, jetzt. Du springst nur, nicht wahr? Du warst nur der, der Spring. Ja. Okay. Gut. Haben wir geschafft. Einsammeln kann ich dich nicht. Ach, du Kacke. Nein, ich habe dich vergessen. Es hat keinen Sinn. Ich bin so gut wie geliefert. Oh, ho, 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 ho. Ich bin sowas von geliefert. Dreck. Das war mein Fehler. Und tot. Ach, Mann. Entschuldigung, Leute. Ich war jetzt unkonzentriert total. Ach. So. Nochmal. Hm. Ah, das regt mich jetzt auf, dass ich den, na, sag schon, Funk, sag's einfach, äh, den Kampf gegen den Metroid, ist es ein Omega, glaube ich, oder ein Alpha Gamma Z, es war ein Omega, ja. Dass ich den Kampf gegen den Omega Metroiden verloren habe, das ist schade. Das war echt, bah. Aber vor allem, ich habe die auch in der Metroid 2 Version nur mit Raketen besiegen können. Oder? Ja, habe ich. Ja, das waren nur Raketen, mit denen ich die besiegen konnte. Alles andere hatte keinen Sinn. So, jetzt wieder mit Taktik. Ah nein, ich sage einfach nicht mit Taktik, ich lasse mich von meiner Intuition leiden. So. Oh Gott, ich bin ganz still. Tut mir leid, Leute. Weil ich, haha, das war ja auch nicht schlecht. Ja, ich lasse mich leiden von meiner Intuition. Fresse halten. Tut mir leid. Das waren jetzt, ich glaube, die langweiligsten Minuten, die ich jemals unabsichtlich fabriziert habe. Absichtlich habe ich schon ganz viele langweilige Minuten fabriziert. Das ist klar. So was habe ich auch drauf, aber, naja. Hä? Ich kann dich also auch mit der Screw Attack angreifen, aber das macht mir im Endeffekt mehr. Ah, wunderbar, schon geschafft. Es ist geil, wie es sich verwandelt. Und es ist so unsagbar hässlich. Mein Gott. Sieht ja noch schlimmer aus als ich. Boah, bist du hässlich. So, und jetzt willkommen Arschloch. Ja, ja, ja. Hä? Der hat noch nie so lange gehustet. Der hat ziemlich lange gehustet. Hallo, 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 hallo. Und Auge, geh auf. Danke. Danke.